Auf diesen speziellen Neuzugang hätte der FC Basel gerne verzichtet. Ein invasiver Käfer aus Asien macht deren Trainingsfeld nämlich unbenutzbar. Der Japan-Käfer hat einen metallisch glänzenden grünen Kopf, braune Flügel und weiße Haarbüschel am Hinterleib und ist sehr hungrig. Er futtert gerade das ganze Feld weg. Darum mussten auf dem Platz Käferfallen aufgestellt werden. Außerdem wurde das Trainingsfeld komplett umgegraben und mit Plastikfolie abgedeckt. Dadurch sollen die Käfer, ihre Eier und die Larven abgetötet werden. Natürliche Feinde hat der Käfer hier bei uns nämlich nicht. Und die Fußballprofis? Die müssen auf andere Plätze ausweichen, auf denen normalerweise der Nachwuchs trainiert. Droht jetzt eine Japan-Käferplage in Deutschland? Die deutschen Behörden sind durch den Befall jedenfalls alarmiert. Denn als blinder Passagier kann der Japan-Käfer sehr leicht an Fahrzeugen oder mit Pflanzen eingeschleppt werden. Besonders lecker findet der Käfer Obstplantagen, Weinberge, Wälder und mehr. Und die würde er kahl fressen. Wer einen Käfer gefunden hat, auf den die Merkmale des Japan-Käfers zutreffen, sollte ihn daher einfangen, einfrieren und fotografieren. Mit den Fotos wollen die Behörden dann abgleichen, ob es sich tatsächlich um einen Japan-Käfer handelt.